Dann sagen mir Agenturen, die sagen mir, Herr Schmidt, der hat mit allem recht, nicht ganz rein, aber versetzt nicht in meine Lage. Wir wissen es halt nicht besser. Also mit anderen Worten, die können nicht abstrahieren. Also das, was der Kunde denen sagt, eins zu eins, lesen die dann aus ihrer Checkliste vor und fragen dann einen, ja, Herr Schmidt, bringen Sie das alles mit? Und dann sage ich ja und fertig. Und dann können die auch gar nicht mehr nachfragen. Dann können die vielleicht nochmal ein bisschen nachbauen und wo hat sich das im Projekt gezeigt? Dann sage ich im zweiten Projekt. Dann schreiben wir auf zweites Projekt und fertig. Das ist wirklich dieser Wahnsinn einfach. Kann man sich sparen. Es gibt auch zum Glück gute Agenturen, die vernünftig sind und das richtig machen, aber halt weniger.